Hallo und herzlich willkommen zu SkyWi's Minecraft Survival Folge 905 Ich glaube wir haben Kohle gemacht, oder sie? Wir werden schnell noch mehr Bäume holen, noch mehr Kohle machen, wobei, ah nein, schnell schlafen So Das war's für heute. So. Wegen Schnee müssen wir auch noch etwas machen. Also kein Schnee fällt. Ich glaube vor allem, dass wir das Wasser nicht gefeiert haben. Aber wir machen ja eh so Slabs mit Wasser. Ich glaube die können gar nie gefeiert. Und Licht. Die Frage ist, ob wir noch einen Abgang machen. Nein, nein, nein. Nicht vorab. Licht. Wie machen wir das Licht? Fackeln möchte ich eigentlich nicht. Platernen auch nicht unbedingt. Irgendetwas Integriertes. Vielleicht so ein Shroomlight. Oder eine schöne Laterne. Die nur zur Nacht leuchtet. Nein, ich glaube das machen wir. Was ist das mit dem mittleren Maustasten? Aha. Die vergnügen sich schon dort unten im Schatten. Ja. 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 Ich werde noch eine schöne Laterne machen. Mit einer Redstone Lampen. und eine Heiligkeitssensor. oder eine gutlichkeitssensor. Ja, ich werde noch mal mit einem Schatten. Krumme Heils ist immer noch unterwegs Da habe ich schnell noch auf eine neuere Version des Shader gewechselt wo ich zufälligerweise auch schon mal konfiguriert habe oder einfach runtergeladen, sagen wir es so Das funktioniert Komplementäre Shader ist hier rechts Wäre es in 4.6 ist es glaube ich Mit den gleichen Einstellungen wie bei dem 4.5.5 Irgendetwas Ich habe versucht die Shader-Settings anzupassen Aber ich höre jetzt einfach so Wenn ich sie schon einmal eingestellt habe Die Technik könnte es noch verbessern Aber es war eigentlich alles optimal Wenn ich sie eingestellt habe Das war mit den T encourage Ich habe hier ein paar Seiten Das war es auch immer schön und dann runtergeazing Die Technik könnte es noch mehr Und dann mache ich wieder Und dann mache ich das Das ist das Ich habe hier Und dann mache ich die Technik diese Technik könnte es noch einmal Die Technik könnte es noch einmal Träni mehr, das war Piss. So. 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 Die anderen haben sich genommen. Die anderen haben sich genommen. Ah, die fighten sogar gegeneinander. Es ist halt ein bisschen dunkel hier unten. Ich glaube, hier sollten wir auch noch ein bisschen Licht legen. So, gut. Jetzt gerne ein schönes Stegelchen. Und wo soll das hin? Also nein, wo soll es runter? Prinzipiell wollen wir hier runter. Oder wenn wir noch eine Brücke machen, bis über den Neidl. Ich glaube einfach bis runter. Oder bis hoch. Gut, die Vorstellung, was ich machen möchte, habe ich jetzt schon mal. Ist schnell gegangen. Wachstüge habe ich alle. Okay. Hier machen wir vielleicht noch ein paar Mauren. Hier sieht es relativ gerade aus. Wollte ich ein gerade Stegelchen machen? Ja, das ist relativ gerade hier. Hier sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier runter. Vielleicht noch ein bisschen im Ding drin. Und etwa so. Ja. Das ist gut. Ab hier. Und jetzt mit möglichst wenig Aufwand. Ein bisschen in den Berg hinein. Das heisst, wir fangen ein bisschen früher an. Ja. Wenn wir hier mal anfangen. Ja. Ich mache jetzt erstmal eine Stufe. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Lichtsätze da unterwegs. Oh. Oh. Wollt. Oh. 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 Du spiritualst. Du Bereich. Ihr deduct uno. Du fühle dich nicht. Du siehst. Du siehst. Das ist für siehst Du. Und dann wird das dünfte. Und das dann kann. Oh, schau, ich bräuchte es. Ein bisschen Schnee ist doch schön. So, das ist gut. 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 3T. 3T. 1T. 2T. 1T. So, das Steckerli kommt sicher noch mal bis hier oben. Jetzt mal schauen, ob man bei Ambient-Sound so einen Verzöger rein tut. Da wird mir das einstellen. Die Frage ist jetzt, nehmen wir das alles links weg? Schnaublecke. So. Also, wir machen das Steckerli aber zwei Stufen breit. Machen wir es mal zwei Stufen breit. Dann schauen wir weiter. Und zwar ab hier. So. Jetzt ist es schon Nacht geworden. So. 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 Es gibt Platz. Ich werde hier etwas geschmaislos werden. Hier. Und das. Das Eis können wir einschmelzen. Blast Furfers. Hier rein. Ein bisschen Kohle verteilen. So. Und? Ja. Läuft. Gut. Dann. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Schnee flücken. Das können wir hier immer brauchen. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist gut. und Ja, das ist gut. So oben ist es etwas einfacher. So, ja. So. 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 Jetzt brauchen wir wieder Erden. Oder Steine. 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 Ja, ist schon richtig. Ah ja, das ist gut. Nein. Jetzt wird es langsam etwas hoch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wollen wir hier gerade runter? Oder nach... Hm. Noch etwas nach rechts. Schauen wir mal. 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 Schauen wir mal hier noch ein bisschen rein. Schauen wir mal. Es wird dunkel, gut, da muss noch ein wenig so etwas hinnehmen. Es wird dann noch ein wenig so etwas hinnehmen. Es wird dann noch ein wenig so etwas hinnehmen. Ja gut, dann auf zur nächsten Folge und tschüss zusammen.